Hei, Harry! Wir müssen noch mit Ihnen Tochteren den Ingetoffen, Kieter, Kieter als ein Kollege. Der schmeckt schon, Frau. Boah, der ist doch ein bisschen Bistotepfer! Aber wir müssen das echt krapfen machen. So, das riechen wir noch. Vorne hat es geschlecht. Boah, jetzt machen wir das krapfen. Wir müssen das krapfen machen. Erwin, wo bist du denn? So ein Weier! Wir müssen mal krapfen machen. Wie viel? Ja, wie schaut denn du aus? Gleich wie ich? Ja, ja, ich auch gleich wie du. Das geschuft doch. Morgen gibt es zum letzten Mal für heuer krapfen in Kirchdorf. So viel. Aber wir würden uns freuen auf morgen. Für denk.